Apropos christliche Tradition, die nächste christliche Tradition in Hebrum, die auch außergewöhnlich gut ist, ist am Fasnachtsonntag und Weingrub Christ... Trinkt ich heute ganz oben von denen? Oben zu Hause schon. Soll ich weitermachen, aber... Willkommen zurück in unserem Wohnzimmer für dieses Wochenende und möglich machen Flugmodus aus. Ich muss halt sehen, dass ich genau in die Kamera gucke. Das sieht nämlich blöd aus, wenn du nicht in die Kamera guckst. Also sagt aber Bescheid, wann ich auffangen soll. War das Ja, Auffangen oder Ja, ich sag Bescheid? Ähm... Norbert, warum? Was war da warum? Ich hab dir den letzten Satz vernissen. Absolut sicher, Frust und Frübzahl vertreiben. Mädels, euch gebührt die Ehre des krönenden Abschlusses. Ihr werdet sehen, ein Fasnachtlicher Hochgenuss. Wir tun uns das ja einfach online bespaßen. Auf keinen Fall. Und jetzt halt ein Schlüsselfest oder dein. Unser Fasnachtsabend neigt sich langsam zu dem Ende. Ich glaub, wir hatten zusammen ein paar ganz schöne Momente. Vielen Dank an euch, an die heimischen Bildschirmen. Vielen Dank auch an die Firmen. Wir wollen euch unsere Hebrümer Fasnacht mit Schunkle und Singe Corona-Form in euer Wohnzimmer bringen. Nur unser... Danke... Okay, ich muss nochmal auffangen. Ich hab nix mehr gesehen. Ich hab nur noch weiß gesehen. Unser Fasnachtsabend neigt sich langsam zu dem Ende. Ich glaub, wir hatten zusammen ein paar ganz schöne Momente. Danke... Ach... Herr Klapsches, jetzt ist er wieder warm drin. Und auf der Couch hab ich den Norbert Weiser und seinen Herrn Zugmarschall und der Norbert ist ja ein Hebrümer. Alles weiter. Ja, das ist eine gute Idee. Unser Fasnachtsabend neigt sich langsam zu dem Ende. Das mit dem Boy war nicht gut. Ha, 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 ha. 7- delve. 3- לא flie auffensive, nicht begin. u1, you fyen anfing saintHowardίας maletisch tous.